Die größte Bedrohung, mit der die Menschheit je konfrontiert wurde, haben wir Menschen selbst geschaffen. Hochentwickelte Computertechnologie. Computer steuern unsere Banken, unsere Flughäfen, unsere nationale Sicherheit, unser Leben. Aber wenn sie in der Lage sind, selbst zu denken, werden sie diese Macht auch nutzen, um uns zu zerstören. Wenn wir nicht zurückschlagen, wir können uns von diesem Netzwerk trennen. Wir können die Wissenschaftler stoppen, die diese Maschinen erfinden. Wir werden die Revolution anführen, die unsere Spezies raten wird. Wir sind Rift. Wir sind bereit zu kämpfen. Wir sind bereit zu kämpfen.